Cavani, Gattuso und Kleuward gehen hier ein und aus. Ich hatte die große Ehre und war bei meinem Lieblingsverein Valencia zu Gast. Ich durfte hier wirklich exklusive Einblicke hinter den Kulissen finden, die sonst noch nie an die Öffentlichkeit geraten sind. Für mich als Valencia-Fan natürlich eine riesige Ehre und ich muss das Ganze erstmal bei einem leckeren Abendessen verarbeiten. Und ihr könnt euch jetzt schon mal auf unglaubliche Eindrücke hinter den Kulissen freuen.